Die Eastern Conference ist neben der Western Conference eine der beiden Konferences in der höchsten nordamerikanischen Basketball-Liga der NBA. Sie enthält 15 der 30 und somit die Hälfte der Teams der NBA und ist weiter in drei Divisions mit je fünf Teams unterteilt. Noch in der Saison 2003-2004 waren es nur zwei Divisions pro Konferenz mit jeweils sieben bzw. acht Teams. Playoff-Modus Die drei Divisionsieger und die besten fünf weiteren Teams erreichen die Eastern Conference Playoffs. In der ersten Runde dieser Playoffs spielend der Erstplatzierte der Regular Season gegen den Achtplatzierten, der Zweite gegen den Siebten USW. Eine Serie von maximal sieben Spielen gegeneinander. Jenes Team, das als erstes vier Sieger auf dem Konto verbuchen kann, kommt in die nächste Runde. Der Sieger der Eastern Conference spielt gegen den Sieger der Western Conference um den Titel Teams.